Ein Buch, welches die Werke so vieler Genies zusammenfasst, ist natürlich sehr platzsparend. Man muss sich mal vorstellen, wie viel in einer Bibliothek das einwirkt, wenn man das nicht in diesem wunderbaren Buch zusammengefasst hätte. Und von daher finde ich es so schön, dass der Tim Neues verlangt, nicht nur Bücher macht, die man gerne anfasst, die man gerne anschaut, sondern die man auch gerne Kindern und Jugendlichen in die Hände legt, natürlich auch verschenkt und die Grundbestandteil einer gewissen Bildung sind. Well done.